Sonntag, kurz vor 18 Uhr. Die letzten pflichtbewussten Sindelfinger kommen ins Rathaus, um ihr Stadtoberhaupt zu wählen. Hier im Wahllokal im Foyer haben am Ende 379 Bürger abgestimmt. Eine Quote von rund 30 Prozent, wie am Ende in der ganzen Stadt. Dann wird ausgezählt und ziemlich schnell ist klar, das wird ein klares Ergebnis für den Amtsinhaber. Die Gegenkandidatin Friedi Miller ist allerdings völlig aus den Wolken. Sie hatte mit einem ganz anderen Ergebnis gerechnet. 90 Prozent für mich war doch klar. So haben die Bürger auch gewählt. Also wenn ich eine Wahl fälschen würde, dann 49 zu 51 Prozent, aber nicht so lächerlich über KDRS. Also sorry, das geht am Montag oder innerhalb dieser Wochen frisch zum Verwaltungsgericht. 90 Prozent gegen einen amtierenden OB praktisch ohne Wahlkampf war vielleicht aber auch eine etwas hohe Erwartung. Miller verlässt das Rathaus dann auch schon lange, bevor das Ergebnis feststeht. Ob sie ihre Drohung wahr macht, wird sich zeigen. Bis der Gewinner der Wahl sich sehen lässt, vergeht fast eine Stunde. Dann ist das vorläufige Endergebnis da. Es empfehlen auf Frau Miller 588 Stimmen oder 4,36 Prozent. Auf Herrn Dr. Föhringer 12.622 Stimmen oder 93,78 Prozent. Es folgen eine ganze Reihe Glückwünsche für den neuen und alten Oberbürgermeister Bernd Föhringer, der sich in den letzten Wochen wahlkampftechnisch mächtig ins Zeug gelegt hatte. Nicht selbstverständlich bei einer so klaren Ausgangslage. Die Lage war dieses Mal in der Tat sehr speziell. Es war insofern auch ein Wahlkampf, wo es vor allem auch um Wahlbeteiligung ging. Ich war viel unterwegs, ich war auf Infoständen, ich war morgens an den S-Bahnen, am Busbahnhof und habe geworben, dass die Menschen zur Wahl gehen. Ich freue mich, dass die Wahlbeteiligung auch bei dieser speziellen Konstellation sogar höher war als beim letzten Mal. Insofern sehe ich das auch als klaren Vertrauensbeweis an. Jetzt kommt es für ihn darauf an, dieses Vertrauen auch wieder zu erfüllen. Wir werden sehen, ob er die Stadt Sindelfingen in den nächsten acht Jahren genauso leicht dirigieren kann wie die Stadtkapelle.